Heute Morgen sorgte Florian Silbereisen für Schlagzeilen, als er in einem exklusiven Interview voller Freude bekannt gab, Beatrice und ich erwarten ein Kind und werden bald heiraten. Diese Nachricht versetzte die Fans in helle Aufregung, da sie bereits seit Monaten über die mögliche Schwangerschaft von Beatrice spekulierten. Doch die eigentliche Überraschung dieses Tages sollte erst später folgen und es war eine Enthüllung, die keiner erwartet hatte. Florian und Beatrice galten schon lange als das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. Ihre Auftritte sind geprägt von Harmonie, tiefem gegenseitigen Respekt und einer unübersehbaren Chemie, die die Zuschauer in ihren Bann zieht. Doch während ihrer Beziehung hielten sie ihr Privatleben weitgehend aus den Medien heraus bis jetzt. Die Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft wurden lauter, als Beatrice vor einigen Wochen in einem figurbetonten Kleid bei einem Konzert auftrat, bei dem Fans und Beobachter eine auffällige Veränderung in ihrer Figur bemerkten. Nun ist es offiziell, das Paar erwartet ihr erstes gemeinsames Kind. In dem Interview, das heute veröffentlicht wurde, zeigte sich Florian überglücklich. Es ist ein wunderbares Gefühl, bald Vater zu werden. Beatrice und ich haben uns lange auf diesen Moment gefreut und können es kaum erwarten, unser kleines Glück in den Armen zu halten. Auf die Frage, ob eine Hochzeit geplant sei, lächelte Florian und bestätigte, ja, wir werden heiraten. Es ist der perfekte Zeitpunkt, unsere Familie offiziell zu gründen. Beatrice, die an Florians Seite saß, strahlte ebenfalls vor Glück. Wir sind einfach unglaublich dankbar und freuen uns auf das, was vor uns liegt. Wir wollten immer eine Familie gründen, und jetzt ist es endlich soweit. Die beiden wirkten vollkommen im Einklang, als sie über ihre gemeinsamen Zukunftspläne sprachen und die Vorfreude auf ihr Baby mit der Öffentlichkeit teilten. Doch so harmonisch die Situation auch wirkte, es gab hinter den Kulissen eine Entwicklung, die alles auf den Kopf stellte. Während die Welt von der bevorstehenden Hochzeit und der Schwangerschaft begeistert war, hatten Florian und Beatrice eine wichtige Entscheidung zu treffen, die sie vor eine Herausforderung stellte. Am Nachmittag, kurz nach dem Interview, trafen sich die beiden mit ihrem engsten Freundeskreis, um die Neuigkeiten zu feiern. Bei einem Glas Champagner in einem eleganten Restaurant in München tauschten sie Glückwünsche aus und genossen die Freude dieses besonderen Moments. Doch plötzlich wurde die Stimmung ernster, als Florian verkündete, dass es ein weiteres Detail gebe, über das sie noch nicht gesprochen hätten. Bevor wir in die Hochzeitsvorbereitungen eintauchen, gibt es etwas, das wir klären müssen, begann Florian, wobei er Beatrice einen nachdenklichen Blick zuwarf. Wir haben in den letzten Tagen viel über unsere Zukunft gesprochen und darüber, wie sich alles verändern wird, wenn das Baby da ist. Dabei ist uns klar geworden, dass wir nicht nur als Paar zusammenwachsen müssen, sondern auch individuell einige Entscheidungen treffen müssen. Beatrice nickte zustimmend und fügte hinzu, es ist eine spannende Zeit, aber auch eine Zeit des Umbruchs. Wir lieben uns sehr, aber wir haben gemerkt, dass wir vor der Geburt und der Hochzeit einige Dinge klären müssen. Wir möchten sicherstellen, dass wir beide bereit sind für das, was kommt, und dass wir unsere Beziehung auf einer starken, stabilen Basis aufbauen. Die Freunde, die zugehört hatten, wirkten besorgt. Heißt das, ihr seid euch nicht sicher? fragte einer von ihnen. Florian schüttelte den Kopf und lächelte beruhigend. Doch, wir sind uns sicher. Aber wir möchten die Zeit nutzen, und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, unsere Familie. Bevor wir groß feiern und alles öffentlich machen, wollen wir uns selbst die Ruhe gönnen, die wir brauchen, und diesen Übergang in unserem Leben zu meistern. Beatrice ergänzte, die Hochzeit wird stattfinden, aber wir werden es ruhig angehen lassen. Uns ist bewusst geworden, dass der Druck von außen manchmal überhandnimmt, und das möchten wir vermeiden. Wir wollen uns auf uns selbst und unser Kind konzentrieren ohne den Lärm um die Erwartungen, die von außen kommen. Diese unerwartete Wendung war eine Überraschung für alle, die eine baldige große Hochzeit erwartet hatten. Doch für Florian und Beatrice war es die richtige Entscheidung. Wir lieben uns und wissen, dass wir das gemeinsam schaffen, erklärte Florian zum Abschluss des Treffens. Aber manchmal ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, bevor man den nächsten großen Schritt macht. Die Fans reagierten auf die Nachricht mit gemischten Gefühlen. Einerseits waren sie glücklich über die Schwangerschaft und die bevorstehende Hochzeit, andererseits gab es auch viele, die Verständnis dafür hatten, dass das Paar sich Zeit nehmen wollte, und sich auf das kommende Leben als Familie vorzubereiten. Manchmal ist es besser, Dinge langsamer anzugehen, schrieb ein Firma auf Instagram. Ich bewundere ihre Ehrlichkeit und ihren Mut, das zu tun, was für sie richtig ist. Für Florian Silbereisen und Beatrice Egli war dieser Tag ein Wendepunkt in ihrer Beziehung, ein Tag, an dem sie nicht nur ihre Liebe öffentlich machten, sondern auch die Notwendigkeit erkannten, ihre Prioritäten neu zu ordnen. Während sie nun in eine spannende Zukunft blicken, wissen sie, dass sie gemeinsam stark genug sind, jede Herausforderung zu meistern, sei es die Geburt ihres Kindes oder die Planung ihrer Hochzeit. Ihre Fans können sich sicher sein, dass Florian und Beatrice, die diese unerwartete Wendung gemeinsam gemeistert haben, nun stärker als je zuvor sind. Ihre Liebe hat sich als tief und ehlhalber erwiesen, und ihre gemeinsame Zukunft sieht trotz aller Herausforderungen vielversprechend aus.